hey leute hier bin ich noch mal tut mir echt leid dass ich die letzte zeit keine videos gemacht habe jedoch hatte ich echt keine zeit musste wieder für die schule büffeln und ist ja weihnachten klar es ist immer noch weihnachten ist ja noch freitag und da muss man ja auch geschenke besorgen und so weiter und ich hoffe dass ihr mir das nicht übel wird jedoch werde ich versuchen dass ich bis weihnachten noch die komplette kampagne hochlade wie ich mir das ja eigentlich vorgenommen habe so zum eigentlichen spiel wir sind jetzt gerade hier wo sind wir keine ahnung jedenfalls müssen wir den berg stürmen oder besser gesagt wir müssen irgendwie hochkommen und dass wir verrecken und ja stirbt mir ist euch vielleicht aufgefallen ist habe ich jetzt am anfang von dem video und intro gemacht schreibt mal unten in die comments ob es euch gefallen hat oder nicht dementsprechend lass ich es weg oder mache ich vielleicht sogar neues und ja ich glaube wenn wir oben sind dann kommt direkt eine explosion und ja gut ich verrate nichts mehr ich glaube das video hier geht jetzt auch nur so um die sieben minuten und morgen denke ich kommt auch noch ein video obwohl es wahrscheinlich schon heute ist wenn das video oben ist weil es wirklich schon halb zwölf ist und ja so ah der liegt da oder steht da ich weiß nicht okay mann wie hoch ist denn der berg das kann doch nicht sein scheint ja jetzt doch schon vorbei zu sein ich bin ja fast oben okay so wo geht es jetzt hier entlang kommt dann ganz oben also unten auf der wahl beim ach stirbt euch die wurden so was dürfte okay ist schon jetzt haben wir es glaube ich was passiert jetzt ja genau explosion wie ich gesagt habe so was ist das jetzt kommt jetzt von hinten einer und ich soll den ach so was ist meiner ok ich hätte die ich stirb seit wann habe ich eine peter wusste ich gar nicht egal jetzt geht es mal weiter hier ich habe angst ich möchte nicht in die luft fliegen hier brennts ja ok dann gehen wir mal weiter 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 was steht da enter ja ich drücke enter passiert nichts hier rein ok china lei ich mache euch alle kaputt aha der fährt ja los sein und jetzt die ganze zeit gut ballern ist ja doof überhaupt keine spannung ach so ok schieß 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 tritt ach ok ja das finde ich schwer es ist auch schwer das werdet ihr dann wahrscheinlich merken wenn ihr es nachspielt wenn ok jo ich merke wahrscheinlich dass ich heute ein bisschen ruhiger bin als sonst ich bin nämlich echt verdammt müde es ist schon so spät und gar keine das war jetzt gerade skype aber ja gut das macht ja nix ich habe dem gerade bescheid gesagt und dann kommentiere ich mal weiter jetzt habe ich den panzer verfehlt kann aber direkt wieder weiter schießen und trifft direkt kommt der nächste und wieder verfehlt gott was ist los so spät ok also ich habe ja mittlerweile 80 abonnenten glaube ich wir haben es nach design dafür möchte ich mich recht recht herzlich mal bedanken weil es ich kann mal geil von euch und ja jetzt ist auch schon hier an der teil zu ende hier muss ich eigentlich gar nichts mehr übersetzen weil ja ok das denke ich mal wird sich von alleine klären besondere kommentare gab es diesmal nicht und haben wir noch einen neuen erfolg und ja das lasse ich jetzt mal noch laufen und verabschiede mich dann ich kann mich nicht mehr ich kann mich nicht mehr ich bin ja ich kann mich nicht mehr Okay, der Abspann hier ist jetzt auch schon vorbei und danke fürs Zugucken. Ciao!